Linguistik in 60 Sekunden Nummer 6 Korpusbegriffe Was versteht die Diskurslinguistik unter einem Korpus? Die germanistische Diskurslinguistik schließt an den Diskursbegriff nach Foucault an, der darunter Aussagen verstand, die dem gleichen Wissensformationssystem angehören. Busse und Heubert verstanden unter Diskurs virtuelle Texts corporat, deren Zusammenhang durch inhaltliche Kriterien bestimmen wird. Sehen wir uns das am Beispiel des Diskurses zur Energiewende an. Das virtuelle Korpus umfasst alle Aussagenkomplexe, die dem Thema Energiewende zugeordnet werden. Das konkrete Korpus ist das Untersuchungskorpus und nimmt im Hinblick auf das Untersuchungsziel des Forschenden ausschnitthaft alle Aussagenkomplexe auf, die Rückschlüsse auf das Wissen einer Sprachgemeinschaft zulassen. Sogenannte Diskurssemantische Grundfiguren wie Solar- und Windenergie sind erneuerbare Energien. Hermanns erweiterte dieses Konzept noch um die hypothetische Größe des imaginären Korpus. Die Diskurslinguistik setzt auf einen thematisch zentrierten Korpusbegriff. Ein Diskurs ist ein virtuelles Korpus. Ein gesondener Screencast wird den Diskursbegriff noch einmal in den Mittelpunkt drücken. Die hier verwendete Literatur schließt eine Übersicht im Kommentarbereich auf. Die Diskurslinge